Lenni, zwei Lügen, eine Wahrheit? Vladan Lipovina. Mein Hund hat einen eigenen Instagram-Account. Mein Sohn heißt Alexander. Und ich habe schon bei sechs unterschiedlichen Vereinen in Deutschland gespielt. Was ist wahr? Also, dass er bei sechs Vereinen gespielt hat, ist sicherlich nicht wahr. Soviel ich weiss, waren das vier, hätte ich gesagt. Wetzlar, Hüttenberg, Rhein-Neckar-Löwen und Baling. Alexander stimmt sicherlich nicht, hätte ich gesagt. Und ich weiss es, dass sein Hund, glaube ich, ein Instagram-Profil hat. Also, das würde ich sagen, das ist richtig. Die anderen zwei gelogen. Richtig, sehr gut. Lars Weisgerber. Ich esse am liebsten Maultaschen. Ich habe in der zweiten Liga über 600 Tore geworfen. Mein Lieblingsfach in der Schule war Französisch. Oh, das ist viel schwierig. Ich kenne ja Lars ganz gut schon seit vier Jahren. Ich würde aber trotzdem sagen, dass sein Lieblingsfach in der Schule eher, glaube ich, Mathematik war, weil er da, glaube ich, richtig gut ist. Und jetzt eher gesagt, obwohl er auch, glaube ich, Französisch spricht, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass er, glaube ich, vielleicht drei Saisons da gespielt hat. Aber aus außen, das glaube ich nicht. Und ich weiß, dass er in Maultaschen richtig, richtig gerne ist. Deswegen glaube ich, dass das stimmt. Richtig, sehr gut. Hendrik Wagner. Erstens, ich habe Logistik studiert. Zweitens, ich trage schon immer die Rückennummer 28. Drittens, ich hätte gerne eine Schildkröte als Haustier. Also ich hätte jetzt gesagt, die Schildkröte ist sicherlich falsch. Hätte ich jetzt gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich denke jetzt mal nicht, dass man eine Schildkröte haben will als Haustier. Dann würde ich sagen, entweder hat er Logistik, glaube ich jetzt zwar aber auch nicht, dass er das studiert hat. Ich würde jetzt eher sagen, dass er schon immer die Rückennummer 28 getragen hat. Das ist falsch. Okay. Das war die 27 und er hat Logistik studiert. Last but not least zu Emil Mellegard. Erstens, ich bin im Ausland geboren, aber habe schon mal in Deutschland gelebt. Zweitens, wegen Hampuswanne wollte ich auf linksaußen spielen. Drittens, mein Lieblingstier ist der Schimpanse. Ich hätte jetzt mal gesagt, Lieblingstier stimmt nicht mit einem Schimpansen. Ich hätte jetzt eher gesagt, auch nicht, dass er unbedingt wegen Hampuswanne auf linksaußen spielt oder deswegen Handball spielt. Sondern so viel ich weiss, glaube ich, hat er schon mal in Deutschland gelebt. Also würde ich sagen, Antwort A ist richtig. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Richtig. 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 Richtig.